um und gibt es auch damit sich wieder zurück nach ein paar langen Weg suchen habe ich gefunden ich war zu blöd und bin einfach weitergegangen naja egal er hat er dann wie hier alles der Starke da du hast spielsüchtige von Bambam nur weil ich die Dinger kaputt gemacht hat muss er jetzt speichern ach komm lass uns spielen und es wird es cool ich bezahle das nicht war ich nicht ich glaube es war noch nicht zu arg es muss Ärger okay ich stelle mich jetzt genau in die Mitte muss kaputt gehen alles oh da ist es auf egal ich bezahle es nicht Starke da du bezahlst den Schaden gell er bezahlt den Schaden kommt 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 tschüss komm her du Arschloch komm 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 tschüss verdammt ich hab ich nicht gekriegt und verdammt ich bin runtergefallen egal ich fange genau da wieder an wer hätte das gedacht war ein herrlicher Ausblick tschüss na du hey man schlagt keine fremden Personen wir sterben der ist tot was was fällt dir ein ich bin ein Jedi oder ein Sith was auch immer ich bin alles beide hallo meine friends tschüss verdammt hopp mach ich selbst kasch kommt noch mal kommt noch mal noch mal aber ich komme zu der hier ich habe den anderen dafür getötet da kannst du nicht abwählen bist du herr fahr mit dem fahrstuhl genießen wir wir genießen wo siehst du cool aus ok kleine zwergen geil ich bin ein kinderschänder ich habe kinder geschlagen verdammt ist nicht meine einrichtung ich darf das ich 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 gehe kaputt okay ich darf das wenn die da hochkommen oder der übelste entgegner der welt oder wieder keine zwerge es geht ihr lieben da nahe ich habe ich noch alles so schön lieb so gut jetzt leben sie noch jetzt leben sie noch das leben sie noch jetzt leben sie nicht mehr oder am roboter ganz cool aufgefangen du bist weggerannt ich hole den roboter noch mal film arschloch naja geil das habe ich jetzt nicht gesagt wunderschöner anblick wunderschön einfach zum das spiel ist einfach wunderschön aber er etwas kurz meiner meinung nach jetzt kann man noch mal film verdammt okay erst jetzt bringe ich die um so das war's ohne das kaputt verdammt egal gedenken an den roboter das war alles ich ein kleiner schaden komm eins gegen eins kommen boah seid ihr gemein ich hasse euch steppen ich hasse euch bis zum geht nicht mehr so ist der tod und euch liebe ich ist doch für schöne sturmtruppen ich schlage noch weiter dein arm dort der arm verloren so gehen wir weiter das freut mich jetzt schon ja hey 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 ich kann die kamera nicht drehen verdammt aha holocon ist hol ich mir aber ich kann die nicht leiden ich will es mit dem holocon drauf jawohl ich will es jetzt zu 100% durchspielen obwohl ich das nicht schaffen werde glaube ich ich weiß nicht brauche ich das doch naja egal jay wartet noch einmal den wunderschönen anblick genießen das ist für die energie das ist für die blaue energie meine macht aber die lade sich ja von alleine sehr schnell auf und daher brauche ich die nicht die l jetzt verdammt oh ne so ihr geht erst einmal sterben ich hab gesagt geht sterben oh ne geh weg von mir ich kann dich nicht leiden ich renne weg komm 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 ich balle auf dich drauf arschloch arschloch verräg der sind seine einzelne teile ich dachte hier kann man alles kaputt machen ah ah hier kann man wirklich alles kaputt machen warm meistens ist in den sachen was oder auch nicht verdammt was soll es muss ich nicht so machen ganz vergessen so oh hallo leute jay 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 habt ihr gesehen wie ich den kaputt gemacht hab ihr solltet euch wohl unbedingt schwer machen ja warum nicht ich hab damit keine probleme